und heute machen wir den spaziergang durch senftenbach und will ist ja auch schon fett am start ja wie gesagt heute machen wir einen spaziergang durch senftenbach weil leute wir haben schon spaziergang durch parken gemacht spaziergang durch kirchheim und heute kommt ein spaziergang durch senftenbach und meine oma ist ja auch schon fett am start und ja und mein papa ist auch schon fett am start aber oma geht nicht mit sie fährt heim und ja dann würde ich sagen ich muss euch noch die richtung erklären wo wir hingehen papa hat keine ahnung wo wir hingehen aber ich sagts ihm leute ich sagts ihm wo wir hingehen und leute gönnt euch oma ja leute du hast keine ahnung wo wir hingehen das ist ja klar da also papa wir gehen jetzt da auf dann gehen wir zum sandro und dann gehen wir da wieder da her genau leute einfach so ein kreis dann können wir da wieder her und ja leute ich stopp wieder zwischendurch klick auf stop bis bescheid wie immer und ja dann würde ich sagen gehen wir die 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 dem jahr leute tschuldigung dass ich kurz stoppen musste weil ja wie gesagt er ist hier vorbei gefahren und das war zu laut ja und ja und ja ja leute jetzt geht es weiter mit dem spaziergang da oben wohnt maria vielleicht ist sie draußen leute vielleicht ist genau vielleicht ist maria draußen aber ist uns egal ist uns egal leute wenn maria draußen ist ist uns egal schöne spaziergang durch senftenbach also österreich österreich senftenbach gönnt euch leute gönnt euch güterweg landzaun marias haus marias haus marias bruchbude der hänger hat auch schon mal bessere zeiten ja leute dann kommt da jetzt ein traktor ja leute dann gehen wir noch ein stück leute da kommt ein traktor da kommt ein traktor gleich um die kurve getrackert ja leute dann würde ich sagen bis gleich leute gönnt euch strömt der zaun leute leute warte leute moii hat sie lieb moii er hat sie viel lieb warte mal ok leute wir gehen weiter und ein hund welche auch schon heute man sieht den weißen hund oder auch nicht so leute dann würde ich sagen gehen wir wieder ein stück bis bis gleich wir sind zurück hier ein fettes stück gegangen leute man sieht bis wird das stück gehen laufen würde ich sagen oder und leute ja leute jetzt laufen wir so runter und dann kommen wir wieder daher ok wer wohnt jetzt die rosen leute so eine bekannte wohnt hier leute gönnt euch papa man hört sogar einen bach man hört sogar einen bach gönnt euch ah meine schulter tut schon langsam wir schon ein ende ja schon ein bissel 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 tidididididididididididididididididididididididin so in and around in hot dog stand hot dog stand ah schöner spaziergang ah die sonne ist aber heute nicht so freundlich bedeckt bedeckt leute da ist auch ein haus schöne blumen leute könnt ihr euch kaufen brug 62 so leute jetzt gehen wir runter zum bach hier ein kurzer bach ein bach stück hier schön die äste so leute der spaziergang dauert schon sieben minuten ja leute da ist auf jeden fall der bach ja schön dreckig und hier auch schön dreckig und leute da irgendwo und sandro ich glaube da und sandro hat er gewohnt so leute dann gehen wir hier noch raus hier raus dann drücke ich wieder auf stopp dann gehen wir wieder ein stück da oben hat er irgendwo da glaube ich gewohnt glaub ich güterweg langzaun das haben wir schon bei maria auch gesehen leute da und elisabeth auch so eine bekannte ganz schön viel bekannte hier in senftenbach aber nicht so viel da oben wohnt sandro die alte holz hütten da war er drin gewohnt so leute dann würde ich sagen bis gleich leute wir sind back hier papa ist auch back wir sind alle back ganz schön wieder ein stück gelaufen leute muss man sagen aber jetzt kommt so raus so jetzt kommt so raus so bist du gelähmt wenn euch den spaziergang leute ja ein trigger stromkasten hier keine ahnung für das ziegelwerk für das ziegelwerk weil leute hier ist das ziegelwerk man sieht hier ziegelwerk in der haus ja leute dann hier wohnt rudy hier bauer rudy wohnt hier auch so ein bekannter immer die bekannte leute ja leute also wir gehen jetzt noch bis zu dem elektrokasten dann drücke ich wieder auf stopp man sieht hier nicht die stange hier ok leute ich drücke jetzt auf stopp bis gleich leute ja leute ja leute da hat meine oma früher gewohnt leute da in diesem gelben braunen haus ja dann drücke ich wieder auf stop und dann sehen wir uns gleich wieder Leute das alte Feuerwehrhaus Leute da haben ich und mein Papa immer frühe Fußball gespielt und da leisen ja Leute dann gehen wir hier noch raus und dann beende ich dieses Video nicht wahr Taschenbier meine Hände haben schon ein bisschen weh Leute wir haben es gleich geschafft netter Spaziergang Leute gebt einen Daumen hoch und abonniert mich aktiviert die Glocke schreibt Kommentare und gebt einen Daumen nach oben Danke Leute da ist Papas Auto seht ihr schon ganz fett das ist ein